Der Film hat mir ganz gut gefallen, ich habe mich schon amüsiert. Weil ich mir nichts weiter unter dem Film groß vorgestellt hatte, aus dem Trailer ging nicht viel hervor und dafür war das jetzt doch ganz unterhaltsam. Es ist wohl eher was für jüngere Menschen, also das ist eher so Shades of Grey für Arme, also so für Schüler. Die Story ist ähnlich, also sie rettet ihn, weil er hat eine ganz schlimme Kindheit. Drei.